Wir alle benutzen den Begriff Staat ganz natürlich, wenn wir über Länder reden. Aber was genau definiert eigentlich ein Staat? Was sind die Voraussetzungen für Staatlichkeit und was sind die Funktionen eines Staates? Das erklären wir euch im heutigen Video. Viel Spaß! Wie so oft in den Gesellschaftswissenschaften gibt es für den Begriff Staat eine Vielzahl an unterschiedlichen Definitionen. Auf jeden Fall kann man bei einem Staat von einem politischen System bzw. einer politischen Ordnung sprechen. Meist wird die Drei-Elemente-Lehre genutzt, um Staatlichkeit zu definieren. Die besagt, dass ein Staat drei Voraussetzungen erfüllen muss. Erstens, es muss ein Staatsgebiet geben, also eine bestimmte Fläche auf der Erde, die der Staat umfasst. Zweitens, es muss ein Staatsvolk geben, also Menschen, die innerhalb des Staates leben und dessen Staatsangehörigkeit haben. Und drittens, es muss eine Staatsgewalt geben, also staatliche Institutionen, die hoheitliche Macht ausüben. Ausgehend von dieser Drei-Elemente-Lehre kann man also sagen, ein Staat ist eine politische Ordnung, in der auf einem Staatsgebiet über ein Staatsvolk Staatsgewalt ausgeübt wird. Ein Staat hat in der modernen politikwissenschaftlichen Auffassung drei wichtige Funktionen. Die Rechtsstaatsfunktion, die Sicherheitsfunktion und die Wohlfahrtsfunktion. Rechtsstaatsfunktion meint, dass gewährleistet werden soll, dass die Macht der Staatsgewalt gebändigt ist und den rechtsstaatlichen Prinzipien entspricht. Das Handeln von Regierung und staatlichen Institutionen wird also durch Gesetze beschränkt, wodurch die Grundrechte der Bürger gewährleistet und Korruption und Machtmissbrauch verhindert werden sollen. Mit Sicherheitsfunktion ist gemeint, dass der Staat die innere und äußere Sicherheit seiner Bürger bewahrt. Als Maßnahmen zählen hier im inneren Bereich unter anderem Terrorismusbekämpfung und eine funktionierende Strafjustiz. Für die äußere Sicherheit sind militär und auch funktionierende diplomatische Beziehungen notwendig. Wohlfahrtsfunktion bedeutet, dass der Staat dem sozialen, ökonomischen und kulturellen Wohlbefinden der Bürger dienen muss. Er soll grundlegende Aufgaben wie die Gewährleistung von Bildung für alle Kinder, die Bereitstellung von Verkehrsinfrastruktur oder die medizinische Versorgung der Bevölkerung erfüllen. Wenn ein Staat seine grundlegenden Funktionen nicht oder kaum erfüllen kann, spricht man von Fragile States, also fragilen Staaten, oder sogar Failed States, gescheiterten Staaten. So ist zum Beispiel die Rechtsstaatsfunktion nicht mehr gegeben, wenn es massive Korruption und Wahlbetrug gibt. Der Staat kann seine Sicherheitsfunktion nicht mehr ausüben, wenn die Staatsmacht nur über Teile des Staatsgebietes wirklich die Kontrolle besitzt oder wenn bürgerkriegsähnliche Zustände mit terroristischen Anschlägen herrschen. Wenn der Staat den Bürgern nur noch wenige Dienstleistungen erbringen kann und es an Bildung, medizinischer Versorgung oder auch sozialem Ausgleich mangelt, ist die Wohlfahrtsfunktion nicht mehr erfüllt. Der sogenannte Fragile State Index beschreibt seit 2005, welche Staaten auf der Welt das höchste Risiko für einen Staatszerfall haben. Auf den vorderen Plätzen, das sind also sehr instabile Staaten, findet man 2019 zum Beispiel Jemen, Somalia, Syrien und den Südsudan. Wir hoffen, unser Video hat euch geholfen. Wenn ja, lasst doch gerne eine positive Bewertung da und abonniert unseren Kanal, um auch für die nächste Arbeit perfekt vorbereitet zu sein.